So, ich hab noch ne Refining Forge. Eine Refining Forge. Das ist aber feini. Ja. Ach, das ist ja auch cool. Hier haben wir ja nen Balkon oben. Geh da nicht raus. Das wär's jetzt gewesen, ja. Sehr schön. Sehr schön, wunderbar. Das ist, falls jemand vielleicht versuchen will, mit nem Falschen da rüber zu hüpfen. Ach so, okay. Oder Notausgang, je nachdem. Notausgang, genau. Wir stürzen uns dann alle entweder in den Sumpf oder in die Stacheln. Wir haben dann die Auswahl. Ja, genau. Ach schön, ja, wunderbar. Haben wir noch irgendwo Heid, dass ich mal wieder ne Heidrüstung machen kann? Ich glaub ganz oben in das Missy. Ich hab 380. Ich pack's in die Missy oben. Alles klar, da ist auch noch was drin. Tiere könnt ihr so weit drinnen parken, außer das Paracel. Ich glaub, das passt hier nicht rein. Na komm her, wenn die du. Dann gehst du halt rein. Wie man jetzt immer, wenn man wissen will, was jetzt für Ressourcen in dem Craftings dort drin sind, erst noch umschalten muss, bevor man das weiß. Das ist so, ah. Ich hab erst gedacht, meine Smithy wäre leer, es wurde alles resettet oder sowas und dann, ach so, das ist doch noch da. Hab nämlich noch was Neues in die Smithy geschmissen und dachte, okay, die Smithy frisst jetzt meine Ressourcen oder was tut es damit? Das ist echt verwirrend. Jetzt rächt sich auch der Stackmodel. Musst du mal alles auf einmal nehmen. Du kannst nicht nur ein Teil nehmen. Ja, das ist wirklich so, er muss echt voll aufpassen. Können wir jetzt schon Armbrüste machen? Theoretisch ja. Musst du ein bisschen Metall von unten holen? Oh, ich hab einen Mikroraptor gefunden. Gehst du weg? Aus. Nee. Der Mikroraptor hat dich gefunden. Ah, da ist was, was ich finden wollte. Komm her. Begumostro? Ja. Ah, sehr gut. Ich hab auch schon die ganze Zeit hier meine Mejo-Bären im Nulls. Das da hat lieber mein Fetch geklaut anstatt meinen Bären. Komm zurück. Jawoll. Das hat halt andere Vorlieben. Ah, Terrorbirds. Komm her. Du hast das höhere Level, dich nehme ich auf die Schulter. Komm her. Und du hast mein Fetch. Jetzt will ich auch wiederhören. Wow. In einem Loot drop zwei Blueprints für einen Water Jar. Na, das ist toll. Das ist eine saudumme Idee, bei diesem Server Offline Raid Protection zu machen. Von dem Imperium. Okay. Warum? Wieso? Würde mich mal so interessieren. Ach, die müssen hier schwimmen. Wie geht denn das, dass elf Leute zu viel auf den Server können, will ich mal wissen. Das würde ich auch gerne wissen. Kann ich dir leider nicht beantworten. Keine Ahnung. Wenn wir das wüssten. Wenn wir das alles wüssten, ja. Vielleicht irgendwie Leute, die die ganze Zeit versuchen zu joinen, aber es nicht schaffen. Ja, das kann natürlich sein, dass er die Leute, die joinen, mit dazurechnet und dann erst wieder abzieht, wenn die wieder runtergeflogen sind, wenn der Connection Prozess fehlschlägt. Das kann natürlich sein. Ich mach jetzt sechs Arme Brüste. Kann sich wieder durch eine aussehen. Die nehmen wenigstens. Wie gesagt, meine lieben Freunde, nur weil ihr das auch nicht wisst, heißt das nicht, dass wir das wissen. Weil wenn ihr das nicht wisst, kann es durchaus sein, dass wir das auch nicht wissen. Wir sind nicht allwissend. Wir müssen auch, wie gesagt, einige Sachen ausprobieren hier. Für uns ist das auch ein Testlauf. Im Großen und Ganzen. Weil wir noch nie mit so einer riesigen Spieleranzahl zu tun haben. Wir hatten noch nie einen Server, der voll ausgelastet ist. Noch nie. Das hatten wir noch nie. Das ist für uns ein Novum. Wir wissen nicht, was da passiert. Spielt ihr das auf dem PC? Ja. Die einzig wahre Plattform. Auf der Nintendo 64. Nintendo 64, genau. Was ist das N64? Ich hab's auf dem Handy als App. Was ist denn jetzt der andere hin? Ach, der ist drin. Okay. Sitzen beide hier drin. Haben wir jetzt schon Arme Brüste zum Zähmen? Ja. Ja, das ist ein bisschen. Ich mach auch grad noch Pfeile. Arme Brüste. Arme und Brüste. Auch Arme und Brüste. Arme Brüste. Die Wand ist jetzt auf zwei hoch. Jetzt können wir die Decken einziehen. Jawohl. Nice. Mann, da fühlt man sich ja hier schon wie zu Hause. Das ist ja wie im Plattenbau hier. Hahaha. Die Super NES-Version ist das, genau. Also ich hab jetzt ne normale Pfeile. Weil man die Strukturen von den Leuten, die alles zubauen und schnell aufgehen, nicht zerstören kann. Ja. Okay. Gut. Können wir da allerdings auch Abhilfe schaffen zur Not. Also wenn das wirklich mal passiert, dass jemand absichtlich, um zu trollen sowas macht, dann machen wir das weg und gut ist. Richtig, dann wird eingegliffen. Also wer wirklich offensichtlich den Server einfach nur zumüllt und zubaut, der, das ist aber selbstverständlich, da müssen wir keine Regeln oder so formulieren. Das fällt einfach unter Fairplay. Wer sich da nicht nimmt, der fliegt auch raus. Wenn wir das merken, dass jemand da nur scheiße macht, der fliegt dann raus. So, jetzt hab ich 100 Nacro-Pfeile, ein bisschen mehr. Du hattest keine mehr, Ragnar, ne? Ne. Ich hab nur normale. Ich hab keine, ich hab normale Pfeile, 90 hab ich. Okay, dann teilen wir mal auf hier. Einmal sind hier 50 Pfeile und da nochmal 28 Pfeile. Kann sie nicht nehmen. Kann sie nicht anvisieren. Jetzt. Ich hab 28, das reicht mir auch. Meine Pfeile schießen eh meistens daneben, die treffen gar nicht. Ach Quatsch. Wir brauchen einen Boris. Tja, Boris, genau. Den kleben wir dann auf das Zieltier und dann geht's rund. Genau. Ja. Boris. So, wenn wir jetzt aber tamen gehen, nehme ich den Hirsch mit. Ja, die Tiere auf jeden Fall. Das ist Fiumia, die Lady. Die Fat Lady. Wenn ich das Haus hier zu hab, oben, dann würde ich mich auch mal auf die Suche nach einem Terizino machen. Mhm. Okay. Jetzt zieht ihr da nicht vorher auch noch was zähmen, was du damit du irgendwie schnell wegkommst? Weil du musst da glaube ich schon ein bisschen weiterlaufen. Ja. Ja, aber erstmal kümmere ich mich hier um das Haus. Gehen wir hier rüber ins Redwood? Ja. 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 Und dann kommen die gefährlichen Tiere an. Bei mir nicht. Nein, das Fiumia hat Fallschaden gekriegt. Ich dachte, es geht. Ich dachte, es würde da langlaufen am Hang. Läuft zu schnell, um die Beine zu bewegen. Es ist gut. Ja. Es hat ja die Beine bewegt. Das hat mich da irritiert. Da ist ein Gully. Ich glaube, der hängt fest. Oh, oh, oh. Ich habe Kampfgeräusche. Ja, ich auch. Irgendwas... Greift dich an. Ein Mikroraptor. Naja. Ach, da seid ihr. Aber den Gully können wir nicht, Thel. Wir haben nämlich keine Darts. Stimmt, es geht ja nur mit Darts. Wolle ich ihn gerade so schön verbackt habe. Dann lassen wir das. Dann suchen wir uns was anderes. Oh. Habe ich gerade den Gully angegriffen? Nee, das höre ich. Oh Gott, ich sehe hier gar nichts. Jetzt hat Luntza den Vorteil mit dem Gebüsch hier. Da bin ich gerade zu Fuß drin, auch am Verzweifeln gewesen in der Nacht. Du musst uns unbedingt warnen, wenn irgendwas kommt. Ja, wenn ich sehe, hier ist ein Bär direkt vor mir. Oh Gott. Im Gebüsch, sodass man ihn nicht sieht. Wo muss ich laufen? Links oder rechts? Der Schrift hinterher. Ja, aber um dem... Das sind Mikroraptoren. Die versuchten genau das mit euch zu machen. Oh nein. Wie? Seit wann können die denn denn stunnen? Ich hole dich vom Tier. Ich bin gestunt. Der Mikroraptor kann einen vom Tier holen? Ja, auch wild. Und dann bleibst du gestunt da stehen erstmal und kannst nichts machen. Ach du Scheiße. Warum das denn? Das ist ja voll übertrieben. Das wusste ich noch gar nicht. Der Sinn des Tiers, wenn du den gezähmt hast. Oh Gott. Ja, stimmt. Ja, genau. Ah, ich erinnere mich. Natürlich, klar. Ja, ja. Ah. Schrecklich, wenn man mit so einem Tier mal einmal nur zu tun hatte und dann nie wieder, dann merkt man sich das auch nicht. Da ist noch ein Hirsch. Wir können versuchen, den Bärchenstück hochzukommen, dann kriegen wir auch Kristall. No. Haben wir Ferngläser. Die brauchen wir. Dringend, ja. Ihr kämpft, Diplodokos. Hier ist ein Spieler. Oh, oh. Oh, jetzt wird's neblig. Scheiße. Bei was? Bei dem Diplodokos? Hier beim Diplodokos, genau. Warum? Ja, schnapp ihn dir. Ich helfe. Die Wegi-Gefahr. Ein Äffchen ist hier ein kleines. Guck mal in den toten Spieler rein, was der hat. Der Hirsch wird angegriffen. Ist der getamed, oder? Warte mal. Der große Spieler, der hat nur ein Speer, der hat nichts. Scheiße, ich kann bei dem Gewacke, kann ich gar nichts machen. Mann! Er hat Fallschirme, die nehm ich mir doch mal. Und Molas hat er auch, die nehm ich mir auch. Und er hat ne Metallachse, die nehm ich mir auch. Und er hat... Er hat Fleisch. Ja, ich dachte, das sah erst so aus. Und Metall, die Metallspitzwacke nehm ich mir auch noch. Das waren Feindliche. Ah, warte mal, er hat auch Rüstung. Er hatte Rüstung, die ist kaputt. Ja, ich glaub, der Rest ist eher unwichtig. Ich glaub, ich kann jetzt noch aufs Film, ja? Kann es mich noch tragen, ja? Sonst was in das Paracell legen. Stimmt, aber ich kann noch, ist alles gut. So, wie's level ich das denn noch? Ein bisschen Gewicht? Genau, der Server ist komplett ausgerastet. Äh, ausgelastet. Der Mr. Joki, Moinsen. Wir haben eine Vollauslastung auf dem Server, Joki. Der Wahnsinn. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Der Joki ist ja auch von den GL Players. So, die ganzen Tiere, von dem Clan. Ich mach die jetzt platt. Alle. Was, der Diplo auch? Oh Gott. Tatsache, ey. Tötet sie. Oh, das arme Äffchen. Es tut mir echt schon ein bisschen weh jetzt. Tötet es, bevor es dich tötet. Das kann dich mit Kacke ersticken. Oh, ja stimmt. Der Diplotokos ist jetzt auch tot. Aber noch irgendwas. Pego Masters oder so. Ja, der kann uns nämlich beklauen. Also, meinst du, wir, ähm, ja. Ich hab grad gesagt, bekommen, wenn wir Zeit haben, den Server neu zu starten, kriegen wir erhöht auf 300 Slots. Oh. Was? 300? Aber ist das, ist das jetzt gut? Weil, äh, jetzt läuft's gerade rund. Das Ding ist, es läuft gerade, meine Aufnahme läuft gerade, es läuft gerade alles. Der Stream, ich würd jetzt ungern unterbrechen, ehrlich gesagt. Aber fängt es auch nicht an, wer zu lecken? Dann sind die Lacks. Genau, dann. Ja. Das ist dann irgendwann, ähm, doch ein bisschen. Kauf nicht. Ne, weine mal. Wir könnten, wir könnten mal sagen, fürs nächste Mal könnten wir ja mal 200 probieren einfach. Dann testen wir's, genau. Und gucken erstmal, ob's läuft. Beim nächsten Mal, bei der nächsten Session. Ja, dann passen wir quasi die Nachfrage an, oder das Angebot passen wir der Nachfrage an, so rum. Können wir gerne machen. Aber jetzt erstmal, erstmal noch nicht, äh, das machen wir. Es läuft gerade alles so schön. Es läuft gerade. Wenn's läuft, dann läuft's. Dann will ich's ungern abbrechen, irgendwie. Weil da kann alles Mögliche passieren. Mit der Inni und so. Und mit meiner Aufnahme dann wieder. Wenn ich wieder rausfliege 10.000 Mal, dann komm ich am Ende nicht mehr drauf. Das wär auch irgendwie nicht so cool. Hier ist, hier ist was, was wir uns aufschreiben können. Was wir uns aufschreiben können? Und ein T-Rex. Oho. Und Katzen. Ach, ich sehe, ja. Und Raptoren. Was wir uns aufschreiben können. Wir sollen das hier wegmachen. Warte mal, ich muss meine Stamina recken. Ja, Raptoren greifen den an Kühler an, ne? Ja, ich mach alles weg. Hier ist auch ne Tasche am Stargate, ne? Was ist denn das gewesen? Ein Spieler oder ein Tier? Ja, ich trau mich nicht so nah da hinzugehen. Hier ist ein Polovia im Wasser, ne? Achtung, Lea. Da bei dem liegt es Gali. Das ist okay, der Rex ist mit den Katzen beschäftigt. Ist alles gut. Egi, die Gefahr ist hier gestorben. Oh, weg, weg, weg. Töten? Wie soll ich das denn machen? Okay, töten. Oh, der ist schon blutig. No problemo. Alter, was ist da los? Schiebt ihn in das Paracel rein. Nein, in das Stargate. Wenn ihn keiner anwählt, sondern... Ja, genau. Das geht ja nicht in die Richtung. Äh, es leckt. Leckt. Ja, es ist weg gerade. Das Polovia ist jetzt direkt am Aufgang. Ah, nee. Also runter sollen wir erstmal nicht mehr. Warum haben wir den nicht gezähmt? Weil es nicht geht. Hör auf, sowas zu sagen, ey. Nachher glaubt echt jemand, dass das eine Daten aufschreiben ist. Ja, genau. Schreibt ihr, genau. Ich passe auf, ich passe auf dich auf. Guck hier oben bei den Katzen, aber die sind alle tote, hätten es nur eine. Das ist nicht so sch... Da. Mach ich auf, Trix. Die Adresse wird gar nicht an... Die Adresse ist dasselbe. Nein, nein. Du musst auf das Stargate gucken. Das hat den Namen. Wenn du von außen so an der Seite dran guckst, kannst du den Namen sehen. Das ist die Nummer. Achso. Richtig, genau. Die Adressen sind nicht aufgelistet. Man muss die Adressen quasi kennen und eingeben. Das heißt, ihr müsst immer einen Stift dabei haben, wenn ihr einen Stargate findet und das dann irgendwann mal wieder anwählen wollt. Ihr müsst quasi Stift gehen. So, hab's aufgeschrieben. Sehr schön. Haben wir schon mal einen Stargate. Das ist schon mal eine gute Location für uns. Hier ist Metall ganz viel auch. Das können wir immer dann hier farmen, gehen wir hier in die Basis ist. Ich versuch mal, das Viech zu erschießen da unten. Ich brauch Heid. Komm her. Mein Gott, bin ich langsam. Ich brauch glaub ich mal Movement Speed auf meinem Pion. Geh mal hoch zum Kristall, wenn ihr mich noch seht. Ja, ich seh dich. Ich hoffe, da ist nichts Gefährliches. Keine Ahnung. War Kristall, war der da? Polovia ist tot. Sollte wieder sicher sein. Fond die hier nicht auch... Ach nee, Giga ist nicht ausgestellt. Genau. Gott sei Dank. Ich glaub, hier spawnen die auch gar nicht im Redwood Berg. Nee, da können die nicht spawnen. Da hab ich noch nie ein Giga gesehen. Da oben müssten wir Kristalle finden. Metall können wir auch noch mal ein bisschen mitnehmen auf dem Rückweg. Ja, aber wartet mal auf mich. Lasst mich mal nicht so zurück hier. Warum? Du hast einen Vieh oben hier. Ja, das hat aber kaum Stamina. Ich muss ja seit rumstehen hier. Ich seh dich gar nicht. Ach, da unten leuchtet irgendwas. Nee, ich bin... Ich komme. Hier oben sind keine Kristalle. Bin jemand abgefarmt. Ganz oben? Müssten doch welche sein. Ich bin ganz oben. Dann hat sich schon einer geholt. Unten? Ja, hier drüben auf der anderen Seite. Bist du auch da unten? Ich... Ja, warte. Ich bin betäubt. Nein. Dann stopp, stopp, pass du auf. Das passt ja jetzt, wo alle Tiere raus sind aus der Base. Ja, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Hast du... Hast du es gesehen? Hier ist doch ein Kristall. Ich glaube ja... Auf der anderen Seite. Ja, dann hier, hier. Da unten steht ein T-Rex. Das ist nur die Frage, wo genau. Au. Er schießt mich ab. Unter einer Pflanze. Aua. WG-Kompi ist hier. WG-Kompi. Ja, der ist hier. Der läuft hier rum mit Flackrüstung. Ich muss ablegen. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, wer das sein könnte. Hm. Möchtet ihr zurückkommen? Ja. Wir sind auf dem Bad. Gegen Flack komme ich gerade nicht so gut an. Und er hat Trank Arrows mit seiner Crossbow dabei. Oh oh. Ich habe von hier natürlich keinen Plan, wie ich da hinkommen soll. Luftlinie meine Richtung, die ich gerade laufe. Na super. Er rennt wieder Richtung Redwood. Hattest du was Wichtiges dabei, Lea? Nö. Hat's auch jetzt was Wichtiges. Hattest du dich gar nicht gelohnt. Wir kommen, wir kommen. Na wartet mal lieber nicht auf mich, oder? Weil ich kann eh nichts machen mit dem Pyromia. Ihr seid ja viel krasser als ich. Wir bleiben schon zusammen. Okay. Ich muss Stamina recken. Ich habe schon so viel Stamina geskillt bei dem Pyromia. Es dauert ewig, bis es die Stamina reckt. Und kacken tut's die ganze Zeit. Der Nachbrenner funktioniert. Es setzt sich nur nicht in Geschwindigkeit um. Seid ihr auch gerade am Recken? Ich warte nur auf euch, aber ich hab mal kurz... Ich bin da. ...kackiert. Wir kommen, wir kommen. Was war? Ja? Ich hatte noch mal gerade an die Slots-Anzahl gedacht. Ich glaube, das Programm Arc selbst, das kommt damit dann nicht mehr klar. Dann wird das... Obwohl der Server damit kein Problem hat, kommt Arc nicht hinterher mit dem... Ja, der Netcode vom Spiel selber ist dann da einfach das Limitierende. Deswegen müssen wir aber dann gucken. Wenn man dann auf 200 erhöhen, könnte es schon dann problematisch werden. Es wird jetzt schon ein bisschen laggy, aber das geht immer noch für die Menge der Spieler, die drauf sind. Gerade lags ziemlich bei mir. Bei mir geht's eigentlich. Das ist eigentlich okay. So, da hinten vor uns liegt das Plateau in meine Richtung, die ich gucke. Okay. Seid ihr noch im Kampf? Nee, ist glaube ich weggegangen. Dann können wir hier ja das Paraceryt herum abchecken, ob wir das nicht gleich mitnehmen bei der Gelegenheit. Wir sind jetzt ja in Reichweite. Ja. Das ist Level... 44, das kriegen wir hin. Ja. Also, Ambrus raus. Ich kann auch versuchen, es zu verbacken und ihr beschießt es einfach nur. So wie jetzt. Das können wir natürlich auch machen. Okay, dann los. Okay, es hat sich... Ah! Bleib hier, du dickes Ding. Ich hänge es selber fest, super. Das ist dicke Gerät. Ha, jetzt habe ich es verbackt. Guck mal. Aber es will hier sich befreien. So. Am Ende ist das hier, wird das falsch angezeigt und wir treffen die ganze Zeit Lohnster und dann schläft Lohnstagsparad. Das ist ja auch lustig. Geht's gut. Oh nein, es läuft in die andere Richtung. Das ist doch nicht okay. In den Po. Hinterher. Oh nein, das ist ja auch lustig. 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 Oh nein, das ist ja auch lustig.